Liebe Medjugorje-Freunde, Sie hören die Botschaft der Königin des Friedens vom 25. März 2021. Liebe Kinder, auch heute bin ich bei euch, um euch zu sagen, Meine lieben Kinder, wer betet, der fürchtet sich nicht vor der Zukunft und verliert nicht die Hoffnung. Ihr seid auserwählt, Freude und Frieden zu tragen, weil ihr mein seid. Ich bin mit dem Namen Königin des Friedens hierher gekommen, weil der Teufel Unruhe und Krieg will. Er will euer Herz mit Angst um die Zukunft erfüllen. Aber die Zukunft gehört Gott. Deshalb seid demütig und betet und übergebt alles in die Hände des Allerhöchsten, der euch erschaffen hat. Danke, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Amen. 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 Amen.